Heute habe ich einen speziellen Tipp für den Fasching für Eng. Ich weiß ja, dass viele für Eng kann sparsam sein und sich jedes Jahr die Konfetti selber machen, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon mühsam, wenn man da jedes Konfetti einzeln aufzeichnen will und nur noch ausschneiden. Ich habe einen Tipp für den Fasching, wie das viel schneller geht. Jetzt drei Platteln übereinander nehmen, nachher nehmen wir die Lochmaschine, nachher dir das mit der Lochmaschine, Löcher rausschneiden und wenn es eine Runde fertig ist, macht es die zweite Runde und die dritte und so weiter und so fort. Und die nur, ob es ein ganz Säckchen voller Konfetti ist. Und wenn es heute keine Konfetti braucht, das macht nichts. Wenn es die dunkel und trocken lagert, dann halten sich die schon bis nächstes Jahr. Bitte schön, gern gesehen. Für den Grund, hasta la vista, en Greffroni. Versiert, vernetzt, fertig.